Stoom oder so? Lothany. Gut jetzt. Dann wird das hier oben... Die kommt weg. Die will ich nicht haben. Die ist hässlich. Meine Mutter ist hässlich. Pocktreppen. Treppen und Stufen, ist das hier. Geht auch mal vorbei. Treppen und Stufen. Ah, Stufen groß. Ich hab's irgendwie mit den S. Stufen. Treppen und Stufen. Und dann noch eine kleine Kiste für Sand. Eine kleine für Sand, eine kleine für Glas. Sand. Glas. Glas. Gartengedöns! Was brauchen wir noch für die Kiste? Ich geh nochmal unten gucken, was wir hier so haben. Oh, hier ist rohes Hammelfleisch. Das kannst du gleich im Bräter ausprobieren. Oh ja, her damit. Eigentlich brauchen wir sonst nichts, ne? Farbstoff vielleicht? Eine Farbstoffkiste? Brauchen wir die extra? Nee, ich denke nicht. Sollten wir sie brauchen? Keine Ahnung. Lehm vielleicht noch. Gieners. Ach, Reisescheißkiste brauchen wir auch noch. Ich mach mal hier jetzt. Lehm. Und so. Und Lehmziegel. Können da auch rein. Äh. Alter. Das sieht so kahl aus an den Wänden. Dann ist das jetzt die... Nee, warte, die Reisescheißkiste würde ich gerne zu Werkzeug machen. Warte, ich lass das mal einfach. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Reisescheißkiste. 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 Ach, wir können den Pferdestuff noch hier rein machen. Pferdes... ...Duff. Die Reis, die wir nie haben werden. Wie auch bis jetzt noch irgendwie noch nicht gesehen haben. Tani? Ja? Ist was explodiert? Wasser. Wasser ist explodiert, ach so. So, ein Griper im Wasser. Ach so. War danach. Ich will das aber auf den Boden stellen. Das sieht ja besser aus, glaube ich. So. So, die Kisten sind alle fertig. Wir können jetzt einräumen. Schön. Warte, ich komm gleich. Hab ich jetzt ein Holzkram gemacht? Nee, ich hab keine Holzkramkiste gemacht. Hm. Sieht dumm aus. Jetzt würde ich die einfach auf den Boden stellen. Oh, Mensch. Ist so dark. Ist so lindo. Oh. So, ich mach mir erst mal mein Inventar unten voll. Ah, ich hab Redstone in der Hand. Ah, ich hab Redstone in der Hand. Ah, ich hab Redstone in der Hand. Also, wie ihr seht. Also, wie ihr seht, ist sie ein sehr kommunikatives Let's Play. Wir reden immer sehr viel, so wie heute. Ja, wir sind eher so ein bisschen so, hm. Ich würde ja reden, aber du redest ja eh nicht mit mir, wenn ich irgendwas sag. Ach ja. Jetzt ist alles vergebene Mühe. Jetzt fängt sie an wie der Sai. Ähm. So, ähm. Deine Mutter fängt an wie der Sai. Ähm. Ja, du redest ja eh nie mit mir. Äh. 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 Da ist ne Schaufel. Und eine Axt. Und... Was haben wir denn hier noch? Verlassen. Ach, hier waren noch Schwerter. Schwert. Schwert. Noch ne Schaufel. Alter, haben wir viele Schaufeln. Pferdestuff. Pferdestuff. So ist der Mordtrop. Hier steht direkt mit der Nase vor. Oh, das Höhlenberäusch ist mitten drin abgebrochen. Ähm. Blumentopf ist Lehm und so. Das ist auch Lehm und so. Da ist eine harte Hühnchenschenkel. Den esse ich jetzt einfach mal. Mach das. Viel Spaß dabei. Was machst du schon wieder? Ich überlege gerade, was ich machen soll. Wir helfen unten die Mutterkisten auszusortieren. Das könnte ich durchaus tun. Ja. Ob ich das mache, ist das andere. nicht nach oben in der Gank. Ich habe das rausgezogen. Es kann nicht nach oben in der Nähe sein. Ich denke, dass wir das rausgehen. Ich mache das. Ich darf das rausgehen. Aber ich habe das rausgelegt. Weil die Schallplatten weiss ich immer noch nicht. Ach jo, wie soll es voll. Kein Platz mehr. So, dann das. Da rein. Da rein? Da rein? Misch! Aua! Die Strafe Gottes. Wofür? Dass ich so unheimlich gut aussehe? Oh Mann, ey. Das ist Gottbeschüsse. Dafür, dass du so unheimlich schuldig und faul bist. Genau. So. Wieder eine Spitzhacke da drin. Und eine Schaufel. Müde vom Nix tun, ne? Hallo. Oh, morgen mach ich schon Reispanne. Wollte morgen ja eigentlich mit meiner Mutti shoppen gehen, aber sie hat mich angerufen und gefragt, ob wir es für einen Anlass machen können. Am Dienstag. Ist aber ja kein kein Abbruch. Eben. Hier, der eben blaues Auge hat, hat sie erzählt. Hat sie mir gesagt, sie versucht das jetzt jeden Tag immer zu überschminken, damit das nicht so scheiße aussieht. Glaubt's? Ja, sie hat gesagt, es geht so. Und sie traut sich damit nicht raus. Deswegen noch einen Tag später am besten. Hehehe. So. Lehm. Glas. Schienen. Redstone. Sand. Halb im Stufen. Wer das darf? Hopp-Dropp. Reisescheiße. Werkzeug. Huch, das war falsch. Den da wollte ich da rein tun. Wo soll ich Zaun rein machen? Äh, bei Holzzeug, würde ich sagen, ne? Ach, hier hinten Holzkram. Holzzeug, gut. Hab ich nicht gesehen. Nein, das ist doch nicht schlimm. Ah, hehehe. Bist du schlecht, Mann. Heißere. So. Ein Ofen, ja klar. Äh, ein Ofen mache ich mal hier jetzt in Reisescheiße. Eine Wollekiste haben wir keine? Äh, nee. Das kommen wir mit bei Mop-Drop. Genau. So, ich hab jetzt den Rest aus deiner Mutter genommen. Wir haben immer noch nicht genug Platz für die ganze Erde, ey. Wir sollten irgendwann mal ein Erde-Steinlager machen irgendwann mal. Ja. So eins, was ein bisschen außerhalb ist, ne? So, dann hab ich Sand hier und Schufe. Das ist alles oben. Die Farbe hab ich jetzt auch noch da, weil ich find das blöd, für die Farbe einen extra Behälter zu machen. Weil wir haben so voll wenig davon. Ich hab auch gesagt, mach keine Farbstoff-Dings. Das ist Blödsinn. Ja. Du hörst mir ja nie zu. So, ähm, Redstone. Im Nachhinein kann man vieles behaupten. Ich sagte vorhin so, ich will noch kurz was erledigen, dann können wir gerne aufnehmen. Ja, ich weiß, dass du was erledigen. Ja, nee, das war aber nicht. Das war jetzt vor einer halben Stunde. Eine halbe Stunde, bevor wir auch angefangen haben. Wir nehmen gleich auf, ne? Hab ich doch gesagt. Das war eine Frage, ob wir aufnehmen. Ja. Das ist noch was anderes. Naja, ja, ja. Du wolltest nur wieder drängeln. Nee, nee, war nur langweilig. Oh, Tatüt, ja, ta. Du brauchst jetzt Silber? Runden? Wolltest du doch. Ja, ich suche das nur gerade. Ist doch da rechts. Ganz rechts. Neben dem Holz. So, ja. Hättest du das jetzt mal ausprobiert? Ja. Mit dem. Oh ja, hier liegt das gebratene Hühnchen drin. Juhu, es funktioniert. Ich freue mich schon darauf, wenn wir von so einer fetten Höhlen-Tour kommen und einfach nur alles hier reinwerfen. Ja. Ach, die behalte ich direkt mal. Hier ist auch noch hohes Rindfleisch. Ich weiß nicht. Warte, wer war da? Auch noch Fisch, ne? Oh, er Lachs. Juhu, das Ei gehört hier hin. Genau. Dann schmeiße ich das auch direkt mal da rein. Und dann rüste ich mich mal eben wieder aus. Hättest du Bock auf eine Höhlen-Tour? Oder sowas? Können wir machen. Weil wir müssen ja noch ziemlich viel Eisen besorgen. Das ist noch interessanter als das hier gerade. Ja. Damit wir auch noch mal was Cooles machen. Eben. Oh, dann sollten wir uns ausrüsten. Ja, wir sollten noch ein paar Äxte bauen. Schaufeln nämlich auch mal. Äxte eine hab ich eh schon. Also ich hab drei... Äh, vier jetzt. Ich hab mir zwei... Äh, noch ein paar hier rausgenommen. Das... Ach, die Feldhure. Jo. Die sehen cool aus, ne? Dann nehm ich mir noch... Fackeln, genau. Fackeln müssen... Sollten wir auch noch ein paar bauen. Ja, ich hab noch 41. Ich hab jetzt die genommen, die hier noch in der Reisescheißkiste waren. Das waren auch noch mal zwei Stacks. Würdest du mir von dem einen die Hälfte abgeben? Das sind anderthalb Stacks. Ich geb dir den... Den halben Stick. Danke. Oh, was zum Hochstacken. Ja, und Stickies nehm ich auch noch mal. Ein Stack. Ich nehm mal die Erde aus der Mutterkiste. Oh, ich weiß nicht, dass es loswerden will. So. Juhu, wir haben etwas geschafft. Das ist doch schön. Wir haben etwas geschafft. Das ist doch schön. Haben wir, haben wir, haben wir... Ja. Mhm, mhm. So. Äh. Da läuft ein Creeper vor.